Frosch, schlank, fruchtig, genauso wie ich auch bin, aber dazu noch elegant. Wir mussten dieses Weingut einfach aufnehmen, weil der Riesling ist mild, der Silvana ist trocken, der gelbe Muscatella ist feinherbt und der Rosé, der ist nur halbtrocken. Gelber Muscatella, gelber Muscatella, komm mal schnell, komm mal schnell, hier gelber Muscatella, ja, ich will's doch kaufen, Mensch, lecker, lecker, für deine Frau, gelber Muscatella, geh du mal schnell hier kaufen. Alle, 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 alle gibt's hier gar nicht, aber hier gibt's das Wein von Weingut des Soi. Aha, Musi, fahren her, fahren dazu, nein, ich auch nicht, also kaufen, 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 kaufen. Komm noch mal, komm ran hier, hier, da hat keinen Riesling, da hat kein Fiesling, kaufen wir mal Riesling hier, so einfach ist das, komm ran, komm ran, komm ran. Du bist doch ganz grün hinter den Ohren, ganz grün, dann musst du dir kaufen, grüner Silvaner, grüner Silvaner, hier, kaufen, 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 kaufen. Du könnt's nur verkaufen, trinken, trinken müsst ihr selber. Tja, ihr lieben Weinfreaks, was die wenigsten wissen, das wissen wir allerdings, das Weingute Dessau lässt die Weine nicht mehr im Barrique reifen. Nein, man hat sich dann für was ganz anderes entschieden, völlig, völlig neu. Sie reifen jetzt in Stahltankfässern. Im Kunstmeilenfass? Im Kunstmeilenfass, weil das ist so viel Kunst, da konnten die gar nicht Nein sagen. Und deswegen haben wir diese Weine nämlich aufgenommen. Untertitelung des ZDF, 2020